Wir haben Mario Odyssey bereits mit den verschiedensten Kreaturen durchgespielt. Dazu zählen beispielsweise Bowser oder ein simpler Goomba. Und heute möchte sich ein weiteres Wesen in diese Liste einreihen. Und dementsprechend, Freunde, testen wir heute, wie weit können wir Super Mario Odyssey mit einem Poké-O durchspielen. Let's go! Und hier steht auch schon einer. Allerdings können wir mit dem noch nicht viel machen, weil wir noch niemanden kapern können. Wir brauchen kurz Capys Fähigkeiten. So, und jetzt wird's auch schon interessanter. Und da sind wir! Und wir sind in Poké-O. Los, wir befinden uns am Anfang noch im Hut-Land. Und da kann man noch nicht so viel tun. Wir können dann allerdings überprüfen, ob wir oben gegen den Brudel spielen können als Poké-O. Wir können den Hebel leider auch nicht betätigen. Aber wir können, glaube ich, hier überall an den Wänden chillen. Also ich glaube, wir werden dann im Laufe des Spiels noch sehr, sehr, sehr viele krasses Gips herausfinden, die hier nur mithilfe des Poké-O möglich sind. Bloß, ich glaube, auf den Hut-Turm kommen wir auch nicht hoch, weil da ja oben dann dieser Hut drauf sitzt. Und an dem kommen wir dann, glaube ich, nicht vorbei. Testen tun wir es trotzdem. Können wir klettern? Ja, tatsächlich. Also wir kommen tatsächlich hier hoch. Das ist, äh, verdammt geil. Bloß, oh, what? What, what? Oh, Bro, man wird gebabbelt. Verdammte Axt. Ich dachte, ich werde jetzt vielleicht nach oben zurückgesetzt. Aber nein, hier geht erstmal nichts. Aber auch hier ist einer. Und damit können wir, glaube ich, sogar die Froschkaperung hier überspringen. Und ich sehe gerade, in dieser Mod wurden die Frösche sogar entfernt. Dass wir das hier nur als Poké-O machen können. Yeah. Und wir müssen euch auch aufpassen, dass wir nicht ins Wasser geraten, ne? Weil wir ansonsten ein großes Problem haben, weil wir dann die Kaperung verlieren. Das heißt, wir müssen hier schön außenrum dackeln. So, jetzt ist die große Frage. Können wir Topper mit einem Poké-O erledigen? Okay, hier wurde sogar noch extra einer auf dem Schlachtfeld platziert. Sehr schön. Also da wurde dran gedacht. So, die Frage der Fragen. Ja, wir können, nee, wir können ihm keinen Schaden machen mit unserem Schnabel. Aber wir können auf ihn draufhüpfen. Yeah. Gibt uns zwar leider keinen Mond, aber es ist trotzdem cool. Und natürlich darf auf so einer langen Reise auch nicht ein schönes Getränk fehlen. Und ein Like darf eigentlich auch nicht fehlen. Aber das müsst ihr entscheiden. Falls ihr Lust auf dieses Video habt oder ihr vielleicht bis jetzt schon unterhalten worden seid. Auch wenn das Video noch nicht so lange geht. Daumen nach oben wäre großartig. So, und jetzt wird es auch schon verdammt interessant. Denn wir haben jetzt unser erstes richtiges Land. In welchem wir als Poké-O Fax machen können. Und natürlich werden wir nicht an den ersten Mond herankommen. Weil wir die Felsen nicht kaputt machen können. Und wir können natürlich auch kein Kettenhund kapern. Aber wir können hier hoch, Freunde. Und vielleicht lässt sich ja dann hiermit irgendwie Schabernack treiben. Und jetzt können wir, glaube ich, doch auch einfach hier hoch. Oder? Also wir können den Madame Broodalfight betreten. Bloß der wird, glaube ich, dann nicht starten. Solange wir den ersten Mond noch nicht bekommen haben. So, jetzt ist die Frage, startet der Kampf vorbei? Wir sind, glaube ich, auf der Version 1.0. Ich wollte gerade sagen, da startet der Kampf. So, bloß ich glaube, als Poké-O werde ich hier nicht viel reißen können. Nein, wir können nicht auf ihn draufhüpfen, ne? Und ich vermute, ihr können wir auch keinen Schaden machen. Nein. In dem Kampf sind wir ziemlich nutzlos. Ich finde aber, weil uns der Poké den Weg hier hoch geebnet hat. Und wir damit sogar den ersten Mond überspringen konnten. Finde ich, kann man dem Poké einen dieser drei Monde zuschreiben. Ich finde, das ist nur fair. Also, packen wir einen Mond auf den Counter drauf. So, und diese zwei verbleibenden Monde müssten, glaube ich, beide sehr entspannt sein. Ich habe auch schon genau im Kopf, welche wir da mitnehmen. Wir nehmen nämlich einmal den Kollegen hier oben. Und dann tatsächlich noch den Kollegen hier drüben mit, weil der Stein verschwindet von alleine. Das heißt, dieser Mond ist einfach ganz easy mitzunehmen. Und da drüben wäre sogar noch einer. Oh, das Spiel feiert es nicht so. Wenn man die Brücke nochmal aktiviert, wenn sie eigentlich noch nicht aktiviert ist, aber vom Spiel gedacht wird, dass sie aktiviert wird. Dann nehmen wir eben der mit. Den mit. Der sollte keine Probleme machen. Drei von fünf Monde aus dem Kaskadenland, würde ich sagen, ist eine gute Quote. Und jetzt gibt es direkt den ersten Bumper, beziehungsweise die erste Sache, die nicht so cool ist. Im Sandland, im Sand Kingdom, konnte kein Poké-O platziert werden. Zumindest hat das der Modder in hier so einer kleinen Anleitung geschrieben, weil das Game da wohl crasht. Das heißt, das gesamte Wüstenland müssen wir skippen. Ein wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dem Wüstenlandzusammenschnitt gerade. Ich bin aktuell noch unterwegs, aber ich bin heute, wenn ihr es am Sonntag seht, um 16 Uhr live auf Twitch und wir üben für den 880-Monde-Run weiter, den ich vermutlich nächstes Wochenende runnen werde. Also, falls ihr noch ein bisschen Lust auf ein paar Stündchen, so vier, fünf, sechs Stunden Mario Odyssey im Livestream habt, kommt auf Twitch vorbei. Für den Poké-O sind das leider 0 von 16. auf seinem Counter, auch wenn er nur bedingt was dafür kann. Freunde, ich will ganz ehrlich zu euch sein. Ich glaube, hier im Seeland hat der Kollege auch nicht viel zu bieten. Aber ein, zwei coole Dinge müssten hoffentlich drin sein. Weil unser Vorteil ist, dass wir hier an diesen Wänden entlang können. Und das kann, glaube ich, sehr, 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 sehr viel wert sein. Da hoffe ich mir vielleicht die ein oder andere geile Sache. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden, ob das so funktioniert, wie ich will. Wir kommen einfach hier hoch. Das ist so cool. Und wisst ihr was? Wir werten das als Mond für den Poké-O. Weil er den Weg hier so, so, so schön hoch macht. Und nur weil er mit seinem Schnabel nicht in der Lage ist, zu Thronen zu öffnen, gehört der Mond ihm trotzdem. Einigen wir uns darauf. Oh, what? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Freunde, wir haben ja festgelegt, dass wir die Monde zählen, in denen quasi, in denen wir Poké-O nicht entkapern müssen. Und jetzt schaut mal, Poké-O selber kann diesen Reißverschluss kapern. Ich finde, das kann man zählen lassen. Ihr merkt schon, Freunde, ich bin dem Poké-O gegenüber sehr wohlgesonnen. Das liegt einfach dran, weil ich glaube, dass er einfach nicht so viele Möglichkeiten hat. Weil das Spiel einfach nicht so darauf programmiert ist, dass er mit seinem Schnabel so viel verrückten Stuff machen kann. Deswegen müssen wir bei dem einen oder anderen Mond so ein bisschen ein Auge zudrücken, ne? Dass der Meister hier trotzdem ein paar Erfolgserlebnisse feiern kann. So, und jetzt muss ich hier langsam aufpassen, wie ich mich hier am besten fortbewege. Das ist so verrückt, Mann. Das ist so verrückt. Das ist einfach das Schiff der Brutals, was hier gerade an uns vorbeifliegt. So, warte mal, ich kann hier nach unten. Da bin ich, da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das ist schön. Warte mal, kann ich jetzt theoretisch hier hoch? Ja, kann ich. Oh boy, und ich glaube, die Sub-Area wird definitiv sein bester Freund sein. Die ist ja gar kein Stress für ihn. Okay, ich nehme alles zurück, Freunde. Vielleicht hat unser Pokio hier im Seeland doch mehr zu holen, als ich denke. Ich fange an, den Kollegen richtig lieb zu haben. Geil, passt auf. Dann müssen wir jetzt einmal hier noch rüber, genau. Und dann können wir hier gleich beide Monde auf einmal mitnehmen. Ich liebe es. Mond Nummer vier. Und da unten direkt Mond Nummer... Nein, Bruder. Das davor war drei. Das ist vier. Ich fühle mich schon wie Monte in es kracht im Buxtehude. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt hier an der Wand noch entlang düse, kriege ich noch mehr. Ich will nämlich zu diesen Kisten darüber. Wenn ich die kaputt mache... Und noch ein Mond. So, und jetzt muss ich hier einmal so U-förmig an der Wand entlang und den Mond einsammeln. Ich darf jetzt nur nicht runterfallen, Freunde. Das läuft ja mega. Mond Nummer fünf. Aber ich glaube, jetzt wird es schwer. Also das Einzige, was jetzt noch an Land passiert, und das ist ja der einzige Ort, wo ich mit ihm hin kann, ist der Bossfight. Und Rango ist zu hoch, dass der Vogel hier was machen könnte. Ich kann höchstens noch versuchen, passt mal auf. Ich glaube nämlich, wenn ich dir den Wasser verliere, fällt der runter. So, und ah, nee, der verpufft auch direkt. Verdammt. Aber ist vielleicht hier noch irgendwo einer platziert? Kriege ich irgendwie nochmal einen Vogel hier in diese Kuppel hier unten? Nein. Okay. Ich glaube, fünf Monde sind das Maximum, was hier im Seeland möglich ist. Aber das ist deutlich mehr, als ich dachte. Ich dachte, dass das Seeland auch eine Nullnummer wird. Ich sag's, wie es ist. Wir können natürlich probieren, ob hier was geht. Nee, aber ich kann doch mit seinen Hüten nicht interagieren. Doch, ich komm auf ihn hoch! Oh mein Gott! Wir können Rango als Pokio besiegen! Damit ist das Seeland so 100% schaffbar als Pokio. Das ist insane! Das ist so insane! Let's go! Oh nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ich konnte ihn gerade nicht treffen. Oh nein, nein, nein! Mach jetzt keine Faxen, Bro! Ich kann ihm keinen Schaden mehr machen! Wieso, wieso? Oh mein Gott! Freunde, 100% Seeland! Das ist der Wahnsinn! Let's go! Mal sehen, was im Frostland so drin ist. Das wird auch spannend, weil wir an all den Wänden hochklettern können. Jetzt wird's interessant. Weitere 16 Monde werden von uns verlangt. Mal sehen, wie viel der Pokio-Guy hier im Frostland kriegen kann. Und da ist einiges möglich. Dieses an Wänden rumklettern kann unserem Pokio hier wirklich massiv helfen. Er one-hitted sogar diesen Felsen-Fall-Guy. Da stehen unsere ganzen Buddies. Yo, Jungs, wie läuft's denn der Hood, yo? Die ganzen Felswände, das sind alles keine Hindernisse. Und ich glaub, dann können wir auch direkt hier hoch. Weil das Ding ist, im Frostland sind ja diese Wurzel-Gegner für dieses Hauptfeature. Und die Stärke von denen ist ja, dass sie weit nach oben können. Aber das kann natürlich unser Pokio auch. So, aber jetzt seh ich gerade, dass unser Pokio keine Nüsse kaputt machen kann. Aber ich bin mal wieder so gnädig, Freunde. Und ich würde sagen, wir gönnen ihm diese Fähigkeit einfach. Also wenn er uns zu Nüssen transportiert, Freunde, dann zählen wir das einfach zu seinem Erfolg dazu. So, und auch in dieses Metall hier können wir rein. Auch wenn man da über die Logik streiten kann. Man kann nicht vielleicht sogar dagegen hüpfen. Oh, interessant. Okay. Durch hüpfen kann er sogar selber hier was kaputt machen. So, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt hier hinter das Frostland gehe? Wenn ich jetzt hier rein spaziere. Nee, Freunde, ich glaube, der ist hier direkt da. Let's go! Und theoretisch kann ich jetzt sogar hier noch weitermachen. Wände sind für uns ja quasi nur weitere Wege. Oh, oh, oh! Großartiges zu erreichen! Oh, aber hier ist ein Felsen! Verdammt, 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 verdammt. So, hier sollte mir definitiv noch nichts sein. Man kann jetzt aber trotzdem umschauen, ob hier was ist. Okay, ich glaube, hier ist dann erst mal noch nichts. Nee, da muss ich jetzt doch wieder ein paar Stockwerke runter. Ah, schau mal, da vorne ist noch eine Nuss. Und die können wir sogar selber öffnen. So, und ich glaube, in diesen Käfig kommt man ja von unten nicht rein. Nein, nein, nein. Ich kann auch hier schon hin, aber auch hier finden wir noch nichts. Dann würde ich sagen, ist die Nuss da drüben unser nächstes Ziel. Jawollo! Ich kann wirklich, glaube ich, fast meine komplette Speedrun-Route hier als Pokio laufen. Ohne Spaß. Das ist, das Frostland hat keine... Doch, es hat Hindernisse für uns. Weil wir das jetzt hier nicht schieben können. Oh, no! Wir kommen hier nicht rein. Oh, damn, boy! Aber die Pflanze müsste mir, glaube ich, auch gekillt bekommen. Ich meine, wir können sogar einfach oben drauf hüpfen, oder? Oder können wir sie... Wir können mich sogar einfach wegpoken. Hahaha! Yes! Und ich jetzt hier von unten so dagegen dotze? Ja! Let's go! So, und für ihn ist es natürlich gar kein Problem, hier rüber zu laufen. Und sich hier oben die Nuss mitzunehmen. Poggies! So, und ich glaube, auch Spirit besiegen müsste ja auch drin sein. Auf den muss man ja auch nur drauf hüpfen. Und ich glaube, auch im Turm selber müssten wir auch noch einen Mond bekommen. Man kann sich hier einfach den Turm hoch hiepen. Hahaha! Genau! Und den kann ich jetzt einfach hier selber öffnen. Geil! Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, wir kommen sogar an diesen extrem hoch schwebenden Mond heran. Oh, lol! Der hat hier sogar extra Blöcke platziert! Okay, warte mal. Ich will es aber trotzdem angenommen, da wären keine Blöcke. Kommt man auch safe von hier einfach da ran, oder? Das war nämlich meine ursprüngliche Strategie, wäre das gewesen, Freunde. Oh nein! Bisschen höher muss ich noch. Wie hoch kann ich? Wie hoch geht's hier? Oh boy. Hier hört einfach die Grafik auf. Mhm. Nein! Oh! So, hier hört die Grafik auf. Wir gehen trotzdem noch weiter hoch. Oh mein Gott. Hier ist das obere Limit. Ab hier geht's nicht mehr weiter. Okay. Yes! Das geht! Hahaha! Let's go! Und der Kollege müsste definitiv machbar sein. Muss es nur übers Gift kommen. Und dann einfach doppelt auf ihn draufsprünge. Dann haben wir es auch schon. Und ich glaube, ich kann ihn sogar speedrun, ne? Wenn ich jetzt auf ihn draufhüpfe... Ah! Oh, ich hüpfe zu hoch. Ich hüpfe zu hoch. Genau, jetzt auf ihn drauf. So. Einmal. Zweimal. Haha! Man kann ihn wirklich speedrun. Zack! Zack! Und damit habe ich ein 15 von 16. Und den 16. Kriegen wir safe irgendwo. Und ich habe sogar schon einen im Kopf, den wir machen können. Und zwar, wenn ich jetzt nämlich hier bei der Odyssey direkt die Felswand erklimme, müsste da, glaube ich, direkt eine Nuss kommen. Warte mal. Ne, hier noch ne. Aber es stimmt. Hier hat sich jetzt auch schon wieder einiges getan. Ich glaube, hier unten ist das. Wenn ich jetzt nämlich hier runterhüpfe... Ja, da ist sogar extra noch mein Pokéo platziert. Zack! 100% Abschlussrate für den Pokéo im Forstland. Den Pauserkampf habe ich euch mal kurz erspart, weil da war als Vogel nicht viel möglich. Aber das verlorene Land könnte schon wieder massivst interessanter werden. Die Frage ist erstmal, kommen wir jetzt am Anfang überhaupt an dem Kollegen vorbei, ohne dass er mir die Mütze klaut. Aber ich habe das Gefühl, dass mir dieser Block hier extra platziert wurde, um diesen Skip hier zu schaffen. Und da sage ich natürlich nicht nein. So, das Ding ist, diesen Mond da drüben können wir natürlich nicht aktivieren, weil wir keine Stampfattacke können. Und irgendwo müssen wir unseren Bird hier auch Grenzen setzen. Aber den hier oben müssten wir eigentlich hinbekommen. So sieht es aus. Sehr gut! Wir sind direkt ganz oben. Das ist ein wichtiger Checkpoint. Da können wir jetzt nämlich wieder immerhin teleportieren. Weil von hier einiges möglich ist. Und als erstes... Oh, what? Der fliegt ja auch keine Ahnung, wenn er mich von oben kommen sieht. Aber kann ich hier denselben Skip machen wie erst Mario? Nein! Ich müsste nämlich, glaube ich, in First Person gehen, dass dieser Schmetterling wieder respawnt. Aber das geht als Kaperung nicht. Dann nehmen wir erst mal dich mit. So, jetzt ist das interessant. Da unten ist auch noch einer. Den können wir auch ganz entspannt mitnehmen. Der ist gar kein Stress für uns. Zack! Und dann können wir jetzt den Weg wieder nach oben arbeiten. Haben wir doch schon mal drei. Und zwar ganz, ganz chillig. So, ne? Mit denen kann ich nicht interagieren. Eine Stampfattacke ist möglich. Mit Pieksen geht hier auch nicht viel. Wir können jetzt aber schauen, ob wir uns an diesen Schmetterling heranschweigen können. Vielleicht, wenn wir ganz langsam, ganz langsam, also wirklich so sneakmäßig bewegen. Doch. Okay. Er flüchtet immer. So, schöne Höhle. Aber ich kann hier nicht mit den Blumen interagieren. So, da ist er wieder. Passt auf. Ganz slow. Ganz slow. Und dann zack, zack, zack. Ne. Scheiß drauf. Aber auf den Baum kommen wir. Auf den Baum da drüben kommen wir. Ich vertreibe jetzt auch schon mal hier den Geier. Damit ich hier nicht mal ansatzweise mehr Gefahr laufe, dass mir hier noch irgendwie die Mütze geklaut werden kann oder so. So. Der nächste. Und ich bin immer noch am überlegen, ob ich diese Mondmedaillen da unten schaffen kann. Wir werden das später ausprobieren. Ich erforsche jetzt die Gegend hier erstmal weiter als Pokio und gucke einfach mal, was möglich ist. Oh, wir können eine Sack. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn wir diesen Käfer hier vorlocken und ihn jetzt kaputt machen, dann kriegen wir den Mond. Jawollo. Ich liebe es, wenn man so coole Tricks und Workarounds findet, um Sachen irgendwie noch zu triggern, die eigentlich gar nicht möglich sein sollten. Oh mein Gott. Let's go. So. Und den Mond unter der Brücke kriegen wir auf jeden Fall auch noch. Aber den will ich als letztes nehmen. Ist hier noch irgendeine Sub-Area, die ich betreten kann? Ich glaube nicht, ne? Aber wir können jetzt echt mal schauen, ob wir die Mondmedaillen schaffen. Also ich glaube, wir kommen hin. Die Frage ist halt, das ist immer die große Frage, ob wir da reinkommen. Nein. Okay. Dann haben sich die Mondmedaillen erledigt, weil wir die da drin nicht bekommen. Schade. Dann wird es aber langsam knapp. Für sehr viele Monde in diesem Königreich braucht man die Stampfattacke. Und die haben wir nicht. Okay. Dann nehme ich noch den unter der Brücke mit. Und ich glaube, dann bin ich mit sieben von zehn Monden hier ganz cool. So. Wir müssen jetzt trotzdem es noch irgendwie schaffen, hier unter die Brücke zu kommen. Wobei ich einfach hoffe, wenn ich vielleicht einfach so mache... Nee. Doch, doch. Ja. Sehr schön. Dass wir hier unter die Brücke kommen. Wunderbar. Sieben von zehn. Oh, das war's. Ja. Okay. Ich glaube, sieben von zehn ist akzeptabel. Mir fällt jetzt sonst kein Mond mehr ein, der als Pokio möglich ist. Bruder, wie viele Vögel sind denn hier? Wir sind nur bereits in der Tag-Version des City-Landes, weil die Nacht-Version mit Pokios leider nicht möglich ist. Aber den Roborickler hätte man sowieso nicht per Pokio erledigen können. Das muss man als Panzer machen. Das heißt, drei Monde müssen wir hier leider schon mal vor unserer Liste streichen. Aber es sind nur noch 17 weitere möglich. Und hier im geheimen Träger-Tunnel finden wir direkt den ersten Sohn. Ich glaube, man kann auch direkt diese Stromleitung betreten. Genau, weil wenn man nicht als Kaperung direkt eine Stromleitung betritt, dann wird man da reingesaugt, ohne dass man Käppi werfen muss. Oh, große Frage. Geht Seilspringen? Nein, weil sie Angst haben. Oh, verdammt. Okay, aber ich glaube, der Pokio hätte auch nicht viel geschafft. So, aber jetzt sage ich die nächste Frage. Kann ich Samen transportieren? Ja, kann ich. Ich kann Samen transportieren. Die Frage ist jetzt nur, kriege ich die auch in den Topf? Aber ich habe das damals als Goomba auch geschafft. Das ist leider nur mit dem nicht möglich, aber da müsste es als Pokio, glaube ich, auch gehen, oder? Nein, geht es nicht, weil man ihn nicht nach oben jeeten kann. Als Goomba ging das irgendwie, aber nicht als Pokio. No! Okay, keine Samen einpflanzen. Kann ich diesen Mond irgendwie einsammeln, wenn ich den mit meinem Schnabel berühre oder so? Geht da was? Ja! Let's go! Das nenne ich mal einen geilen Skip. Wie gut! Wie er hier einfach durch die Stadt läuft. Auf so einem Fußgängerweg. Er chillt einfach sein Leben. Aber wie gesagt, den, den Mond hier drüben, den können wir uns easy mitnehmen. Das Cityland ist groß. Da müsste einiges für uns möglich sein. Mal sehen, was die Sub-Area hier so zu bieten hat. Also einer ist hier auf jeden Fall geschenkt. Bruder! Wie viele? Wie viele? Was ist denn hier los? Bro! Wie viele Pokios hier sind? Okay, warte, warte. Ich aktiviere kurz, ich aktiviere kurz hier und dann schaue ich mal, ob ich es als Pokio irgendwie hier durchschaffe. Oh, Bruder. Bruder! Wie viele sind denn das hier? So, wir aktivieren den Hebel. Und jetzt einfach hier oben drüber, ne? Ja. Oh, nee. Da bin ich zu langsam für. Bruder, nee, warte mal. Ich kann mich an die Wand kleben. Moment. Ich frage es nur, ob ich schnell genug bin. Nein, ich bin nicht schnell genug. Okay. Den kriegen wir nicht, aber dafür können wir den hier oben mitnehmen. Wenigstens einer. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz krasse Idee. Das könnte, wenn es funktioniert, das geilste überhaupt sein. Denn wenn wir in dieser Sub-Area uns einen Pokio mitnehmen, dann diesen T-Rex spawnen. Moment mal, der spawnt gar nicht. Doch, der spawnt. Und uns dann einfach hier an die Wand kleben. Dann können wir hier ganz entspannt uns fortbewegen. Und wahrscheinlich auch die Monde mitnehmen. Das ist mit Abstand eines der coolsten Dinge, die ich je in Mario Odyssey gemacht habe. Hä? Das dauert ein bisschen, sich hier fortzubewegen. Aber es funktioniert. Da ist er. Da ist er, Freunde. So, und jetzt muss ich einmal schauen, dass ich hier auf der passenden Höhe bin. Da ist der erste Mond. Nein! Und jetzt muss ich alles nochmal machen. Und da ist Boden. Jawollu. Wir haben es geschafft. Oh, warte mal. Warte, der... Hä? Warum ist jetzt hier Boden? Der T-Rex scheint hier irgendwie frühzeitig gestorben zu sein. Es wird immer skurriler. So, aber jetzt ist hier ja auch wieder Boden, ne? Ja. Ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schön die Hochhäuser nach oben. Denn da wird auch noch viel auf uns warten. Und hier drinnen, den Mond im Rathaus, den habe ich auch noch nicht mitgenommen. Der dürfte auch kein Stress für uns sein. Einfach kurz nach oben spazieren. Let's go! So, ganz oben ist natürlich einer. Da drüben in der Mülltonne ist einer. Und da unten auf diesen Stahlträgern schwebt auch noch einer. Oh. Wo kommt das Rathaus überhaupt so? Ja, von der Rückseite. Von der Rückseite geht's. Huggies! Easy. So, dann nehmen wir den da unten kurz mit. Das ist schnell gemacht. Ich glaube, ich kann sogar auf den Stahlträger landen, wenn ich jetzt noch schüttle. Oh, fast. Und jetzt ist die Frage, können wir diesen Müllbeutel, also diese Mülltonne öffnen mit unserem Schnabel? Nein! Es geht nicht. Aber, Freunde, Truhen haben wir immer öffnen lassen. Dann lassen wir das auch jetzt gehen. So, da unten chillt Captain Toad. Aber der wird mit einem Poké mit Sicherheit nicht reden. Und das Problem ist, wir können auch nicht die Hauptquests mit den Musikern spielen. Weil wir als Poké natürlich auch keine Menschen anreden können, weil die Angst vor uns haben. und wir keine Textboxen triggern können. Maschinen wir jetzt trotzdem an der Stelle mal hier rüber. Und dann kann ich, glaube ich, hoffentlich genau hier hoch. Oh, aber ich kann hier nicht höher. Das heißt, wir müssen irgendwie anders an Höhe gewinnen. Kann ich seitlich in diesen Schirm reinstechen? Nein. In den Baum. Okay, ich kann noch mehr. Jetzt wird's unangenehm. Oder? Jawohl, so geht's! Hahaha! Ja, man muss nur ein bisschen tricksen. Sehr schön. So, dann lasst mich mal über die Stadt schauen. Da unten kann ich nicht hin. In die Sub-Area komme ich nur, wenn ich das Baumeister-Outfit habe. Das funktioniert auch nicht. Hm. So, da drüben, Freunde. Da drüben ist der nächste Mülleimer, zu dem ich will. Ich glaube, da drüben an den Mund kommen wir easy ran. Ähm, ich glaube bloß, darüber werden wir nicht kommen. Wie machen wir das am besten? Weil, wenn ich den hier triggere, genau, dann triggern wir den einfach. Nee, da komme ich nicht rüber. Okay, das heißt, aus der Sub-Area kann ich auch nur einen Mond mitnehmen. Und das müsste der hier drüben sein? Ja! Und ich habe keine Todeszone getriggert. Sehr schön. Immerhin einer. Oh, Friends. Jetzt habe ich noch eine Idee. Auf meiner Speedrun-Route, die ich normalerweise laufe, gerade bei Nacht, sammeln wir ja noch diesen einen Mond im Stahlträger da hinten ein. Den habe ich natürlich auch nicht mitgenommen. Das heißt aber, den kann ich noch easy einsammeln. Wie die alle da oben chillen. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Huggies! Und der Trick, er geht schon wieder. Ich habe ihn schon wieder vergessen, Freunde. Aber das Spiel sagt irgendwie, es hat keinen Bock. Erinnert ihr euch? Das war im Goomba-Video, als man auf einmal hier in der Sub-Area war. Aber diese Sub-Area kann man betreten, wenn sie laden würde. Jawoll! Wenn man als Kaperung diese Ladezone betritt. Das ist normalerweise die Sub-Area, die man als Taxi betritt. Und jetzt macht sie, glaube ich, den Schub. Aber wenn wir als gekaperter Pokio diese Zone betreten, kommen wir auch in die Sub-Area. Bloß, technisch mag diese Area, glaube ich, nicht so ganz funktionieren. Doch, doch, doch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Es geht einfach noch, es geht einfach noch! So, und warte mal. Wenn wir jetzt hier hochdüsen... Ah, ich glaube, das kriegen wir nicht auf. Ich glaube, das kriegen wir nicht auf. Also normalerweise... Man kann normalerweise so Metallboxen kaputt machen. Ah, aber nicht genau diese Art von Metallboxen. Aber prinzipiell, wenn man als Pokio oft genug dagegen hackt. Und ich will das jetzt mal testen. Ich versuche mal nur, die äußere Metallbox kaputt zu machen. Genau so, dass ich nämlich als Pokio da stehen kann. Dann probiere ich jetzt, ob wir die da oben auch aufbekommen. Aber die Mondmedaillen müsste ich, glaube ich, sammeln können als Pokio. Also mit ein bisschen Glück und so ein bisschen Augen zudrücken, können wir hier zwei Monde einsammeln. Jawohl, und es geht! Es geht! Oh, Pogis! Sehr schön, Freunde. Äußerst erotisch. Und ich glaube, die Mondmedaillen, wie gesagt, schaffen wir auch. Und dann sollten wir hier echt zwei Monde hinbekommen. Wobei, ich glaube, waren nicht irgendwelche Mondmedaillen auch in so Taxis drin? Aber wenn das der Fall wäre, wäre das natürlich für uns äußerst ärgerlich. Doch, ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist so. Wir sind Mondmedaillen in den Taxis drin. Und mit denen kann ich nicht interagieren als Pokio. Verdammt. Ey, aber trotzdem einen Mond. Ich glaube, ich gebe mich mit 14 zufrieden. Bloß eine Sache will ich jetzt noch überprüfen. Die wir theoretisch noch, wenn wir gnädig sein wollen, zum Pokio dazurechnen. Und wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir gnädig zum Pokio sind. Und zwar, wenn wir hier rüberflattern, ist da ja noch eine Sub-Area. So, mich würde es einfach interessieren, ob in der was ist Pokio möglich ist. Und wenn das die Sub-Area mit den Stangen ist, ja, dann ist die, glaube ich, massiv geschenkt für diese Birds. Weil wir hier einfach uns jetzt an der Wand entlang hieten können. Oh, aufpassen. Und dann kriegen wir hier, glaube ich, ganz geschenkt unsere beiden Monde. Und dann hiete ich mich spaßeshalber auch noch in die Sub-Area mit dem Mario Maker Mario rein. Aber ich glaube, da wird es schon direkt daran scheitern, dass man da ganz viele Stromleitungen kapern muss, die als Pokio nicht möglich sind. Aber trotzdem geil, auch diese Sub-Area jetzt noch zu spielen. Und dann schauen wir uns die andere auch noch an. Der Vollständigkeit halber. Und zwar an der Stelle noch mal ein kleines Glitch-Tutorial, vielleicht für Leute, die ihn nicht kennen. Ihr müsst auf diesem Zaun hier zwischen Fass und Wand eine Stampfattacke machen und dann nach vorne rollen. Und wenn das präzise ist, es war gerade sehr krass, dass es fast frei war, könnt ihr euch hier reinwaggen. Und hier macht ihr jetzt einfach ein Rückwärtssalto. Moment. Das müsste irgendwie so gehen. Hüpft dann einfach einmal. Und dann könnt ihr quasi in diese verschlossene Tür hier vorne, die man eigentlich nicht reinkommen sollte, von hinten rein und die Sub-Area betreten. Und zack, hier wären wir. Ja, und ich glaube, hier... Wobei, nee, wir können ja... Zack. Die Stromleitung kann man ja als Pokio quasi betreten. Mit der Stromleitung gerührt geht ja ja was. So, und von hier... Nein, nein. Moment. Und von hier können wir uns jetzt einfach die Wand hochliegen. Und dann an der Stelle einfach die Kiste kaputt machen. Und damit haben wir genügend Mond, um das Cityland abzuschließen. Das heißt, wenn wir korrekt sind, dann schafft der Pokio hier 14 von 20 Monden. Aber wenn man das ein oder andere Auge zudrückt und dem Pokio coole Moves überlässt und ihm nur dabei hilft, in eine Sub-Area zu kommen, haben wir hier 17 von 20. Und da das Küstenland mit Pokios leider auch verbuggt ist, müssen wir das ganz kurz so absolvieren. Na, dann wollen wir mal gucken, ob im Polarland was möglich ist. Weil, ich muss zugeben, ich bin sehr optimistisch, was das Polarland angeht. Und zwar können wir nämlich direkt die... Das Ganze hier... Oh nein, wo stehe ich denn? Was zur Hölle? Können wir das Ganze, glaube ich, direkt damit beginnen, dass wir hier auf die Insel hochliegen. Zack. Und da wären wir auch schon. Und damit können wir hier direkt quasi den... Warte mal, wie hieß der? Dieser Sprung hat ja noch irgendeinen Namen. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Aber wir haben ihn geschafft, okay? Das ist cool. Diesen nicen Sprung, dessen Namen ich verpasst habe. Okay. Aber dann gehen wir jetzt, glaube ich, runter in die Town. Weil ich habe nämlich unten in der Town die Hoffnung, dass in diesen ganzen kleinen Sub-Areas, die man ja machen muss, um die Story weiter zu spielen, dass da einiges möglich sein wird. Zack. Wunderbar, Freunde. Da hätten wir ja schon die zwei. So, dann jieten wir hier hoch. Machen da direkt die drei. So, und damit habe ich drei von zehn Monden. Und jetzt muss ich aus den Sub-Areas insgesamt sieben Monde holen. Acht sind maximal drin. Mal sehen. Da steht da hinten. Auf diesem Torbogen ist ja einer der beiden Monde. Und der wird nicht realisierbar sein, weil ich eine Stamm-Vertacke machen kann. Dafür kann ich mich aber hier zumindest schon mal der Wand entlang jieten. Und dann diese ganzen Stachis, die man ja eigentlich in die Säure pusten muss, die kann ich einfach töten. Ich muss es jetzt nur hier rüber schaffen. Yes. Und dann kann ich die, glaube ich, einfach hier, yes, ganz entspannt erledigen. Let's go. Zu gut. In dieser Sub-Areas müssten beide Monde drin sein. Weil man muss ja oben dann gegen Rango kämpfen. Und wir wissen ja schon aus dem Seeland, dass Rango besiegbar ist. Wunderschön. Und den hier kriegen wir auch ganz entspannt. Doppelte Ausbeute. Oh mein Gott. Warte mal, warum ist der Mond hier? Ich kriege hier keinen Pokéo. Oh, wie ehrenlos. Okay. Aber wir zählen den Mond trotzdem zu den Pokéos, weil wir wissen, dass der Poké Rango besiegen kann. Wir haben es schon getan. Es ist einfach nur Unfäh, dass uns hier keiner gespawnt wird. Und das Ding hier ist, hier kann ich leider auch nur einen der beiden Monde holen. Weil man hier vorne ja, obviously, vier Goombas braucht. Und ich glaube nicht, dass dieser Schalter betätigt wird, wenn man als Poké oder draufschneidet. Schade. Schade, schade, schade. Und weil ich jetzt hier nicht noch den Mond bekomme, werde ich am Ende vermutlich mit neun von zehn benötigten Monden dastehen. Habe ich die ganz, ganz dunkle Befürchtung. Nehmen wir erstmal dich mit. Weil nämlich hier müssten, glaube ich, auch beide Monde möglich sein. Die Mondmedaillen sind entspannt eingesammelt. Ich muss, glaube ich, einmal meinen... Ich muss nie meinen Vogel opfern. Ich dachte eigentlich, dass eine Mondmedaille hier über dem Wasser ist. Aber die sind ja alle hier an Land. Das heißt, das kann ich wirklich hier chillig machen. Und zu der Truhe da oben kann ich mich ja einfach hochpoken. Und dann haben wir schon beide. Ja, aber dann wird es leider, leider, leider schwierig. So, her damit. Und den nehmen wir auch mit. Und jetzt war es das Glaube. Ne, hier unten ist nichts mehr, was man machen kann. Und hier ist kein Mond mehr verfügbar. Okay. Dann gucke ich mich jetzt nochmal kurz auf der Oberwelt um. Vielleicht finde ich da noch eine Sub-Area oder so. Ansonsten müssen wir uns, glaube ich, mit neun von zehn zufrieden gehen. Ne, die ganzen Sub-Areas hier sind zugefroren. Ich glaube, hier ist auch eine Tür. Ne, Friends. Polarland ist 90%. So, und da sind wir im Schlemmerland. Und schau mal, wie viel hier noch möglich ist. Und das wird leider schon unser letztes Land sein. Den Drachen im Ruinland können wir obviously nicht als Pokéo besiegen. Und das Bowserland sowie auch ein Großteil des Mondlandes sind leider technisch nicht umsetzbar gewesen. Wir können natürlich noch überprüfen, ob wir im Mondland was tun können. Das Bowserland ist definitiv raus. Aber rein mondsammeltechnisch wird das hier unser Finale sein. Auch wenn ich hier wieder einige Probleme sehe. Denn im Schlemmerland ist von Haus aus nicht so viel möglich. Die großen und vielen Monde, die man sammeln kann, die kommen erst, wenn man dann die Story durchgespielt hat und sich das Königreich weiter öffnet. Und das ist für uns etwas schwierig. So, dass wir den Kollegen besiegen können, wissen wir. Aber, wie das in den Mods immer so ist, ab und zu ist dann immer hier direkt Mond verfügbar. Ich liebe es. Und auch das hier müsste eine Sub-Area sein, die 100% möglich sein müsste. Denn der ist ganz entspannt. Und auch die Mondmedaillen sollten eigentlich keine Herausforderung sein. Vielleicht sind es wirklich die Sub-Areas, die uns hier den Arsch retten. Da müssen wir mal gucken. Also, die hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch schon mal sehr schön. Wir haben schon mal 5 von 18. Aber, wir können hier diese Kiste kaputt machen. Und die gibt uns schon mal den 6. von 18. Und damit haben wir schon mal ein Drittel. Das ist in Ordnung. Goldene Rüben können wir auch nicht in den Top werfen. Aber, jawoll! Es ist mal wieder der typische Bug, den wir in den Mods haben. Die goldenen Rübenmonde stehen uns zur Verfügung. Und die nehmen wir natürlich dankend an. Und zack, so schnell hat man dann auch schon 9 von 18 Monde. So, und jetzt muss ich irgendwie schauen. Habe ich eine Möglichkeit, zu Abstecher vergabelt zu kommen? Weil, wenn wir diese Sub-Area betreten, haben wir da auch nochmal 2 geschenkte Monde. Weil, natürlich können wir einfach an diesen Wänden hoch. Verdammt, warte mal. Jetzt simulieren wir mal, dass wir als Pokio hier rüberdüsen würden. Doch, und wenn wir denn hier wären, könnten wir einfach hier runterhüpfen. Okay, also diese Sub-Area hier ist definitiv als Pokio erreichbar. Und so müssten dann auch die beiden Monde hier erreichbar sein. Wir skippen die Gabeln einfach. Ich liebe es. Ich liebe es. Es kann so entspannt sein. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da rüberkomme. Aber ich glaube, wenn ich von hier springe... Yes! Dann kommen wir weit genug und kriegen beide Monde hier drin. 11 von 18! Das Problem ist nur in diesem Königreich, wir sind story-technisch sehr limitiert. Weil, um in der Story weiterzukommen, müssen wir da vorne als Pannenbro den Käse kaputt machen. Und, warte mal, außer wir können als Pokio den Käse kaputt machen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Sache. Der hier oben geht auf jeden Fall auch noch. Der ist geschenkt. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwie mit dem Käse interagieren können oder nicht. Das wäre natürlich so krass, aber ich glaube es nicht. Nein, schade, schade, schade. Dann ist jetzt, glaube ich, an der Stelle Feierabend, Friends. Jetzt, außer wir können irgendwie diesen Mond durch die Wand irgendwie erwischen. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Doch! Doch! Oh! Das ist so cool! Unsere Reise endet noch nicht. Aber Mario geht es jetzt, glaube ich, gar nicht gut. Mario, alles in Ordnung? Aber er kommt hier raus. Okay, wunderbar. Und ich sehe auch, Freunde, dass hier vorne der Mond bereits erschienen ist. Also das Schlemmerland scheint nicht im technisch einwandfreisten Zustand zu sein. Ich will mich aber nicht beklagen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Dahinten wäre noch ein Mond, aber den kann man nur per Stampfattacke aktivieren. Ich glaube bei... Oder, warte mal, können wir da instant rein irgendwas machen? Können wir das kapern direkt? Ne, ne? Ah, ich glaube es ist Schluss. Das war's. 14 von 18. Und die letzte Sache, die wir jetzt noch überprüfen ist, kann ich auf dem Mond als Pokio unterwegs sein? Und um das zu testen, muss ich jetzt bis zum Mondland durchballern. Wenn ihr jetzt noch nicht Daumen nach oben gegeben habt, ne? Dann, dann, dann verwarn ich euch für immer von diesem Kanal. Ich schwöre. Freunde, work smart not hard. Ich hatte noch einen Spielstand, der genau hier bei der Mondhochzeit aufgehört hat. Ich glaube, das müsste sogar der vom letzten Mal gewesen sein, als wir die Goomba-Spawn-Mod gespielt haben. Und jetzt wollen wir natürlich noch schauen, ob wir hier in der Lage sind, bis zu Bowser als Pokio zu kommen. Besiegen können wir ihn natürlich nicht, aber wir können zumindest bedrohlich zur Tür reinlaufen. Also der Weg nach da vorne ist zumindest schon mal sehr entspannt. Das Ding ist natürlich, dass wir nicht die geringe Schwerkraft als Pokio haben. Deswegen müssen wir jetzt halt schauen, ob wir irgendwie in der Lage sind, da rüber zu kommen. Weil hier ja keine Brücke ist. Aber, warte mal. Vielleicht ist hier irgendwas möglich. Oh, Bro. Die Frage ist halt, wo die Todeszone ist, ne? Moment, Moment. Aber wenn ich jetzt mich hier seitlich hinhänge... Nein! Nein! Okay, das probieren wir. Okay, dann muss ich jetzt hier wirklich... Ja, ganz an die Kante. Also klar, ein bisschen besser wird noch gehen, aber... Jetzt schauen wir mal, und es geht! Und ich meine, die Wand ist für uns absolut kein Problem. Und dann müssten wir es, glaube ich, haben. Huuuui! Jawollo! Und in diesem Sinne, Freunde, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war meine Reise als Pokio durch Super Mario Odyssey. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie ich Mario Odyssey als Goomba durchgespielt habe, verlinke ich euch das hier oben. Und wenn ihr euch für ein sehr skurriles Spiel, von dem kaum jemand etwas weiß, obwohl es so bekannt ist eigentlich, nämlich Plankers Zombies 3 interessiert, dann klickt hier unten. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei einer neuen Mario Odyssey Challenge.